das finde ich auch noch so ein bisschen scheiße der zufall wenn er wenn er alleine wächst dann wächst eigentlich auch recht schnell ab ohne knochenmehl aber wenn man knochenmehl das mit knochenmehl machen möchte dann wächst er nicht ich weiß nicht ob man das jetzt verstanden hat irgendwie war das jetzt das ist jemand ich will den mann hier jetzt mal zu hier muss man machen wie kinder und das darfst du machen da steht nicht drauf ob jetzt ist er gewachsen ohne knochenmehl schon gesagt ich muss sowieso dann mal einen weg bauen aber ich brauche dafür auch sehr viel kies wir haben auch einiges ist glaube ich nein nicht mehr ich glaube nicht mehr ich weiß nicht ich habe das nicht alles im kopf du ja vor allem nicht ich habe keine ahnung ich habe letztens auf jeden fall ein bisschen kies gesehen recht machen wir mal ein bisschen die welt verändern so ähm 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 aber ich muss es aber echt mal gucken dass ich die die äh den shader irgendwie mal zum laufen bringt ja ja nee kies haben doch ein bisschen ja gut 50 kies ne das ist ja voll premium viel nix so ich hau jetzt das feld gleich an mach das willst du nicht dabei sein ich habe das schon laufen lassen oder warte ich schau mal zu jetzt ist fast gesperrt ein bisschen unpraktisch ist bei dir dass alles da liegen bleibt auf der seite und du hast irgendwo gefällt kann das sein ja man oh mein internet ist gerade abgekackt glaube ich ja schlecht filmchen bist du wieder da ja ich bin da alles gut das ist gut ja äh was war gerade ich weiß nicht mein internet ist abgeschmiert so ich habe mir schon gedacht du hättest dich verbaut weil plötzlich das wasser nicht mehr geflossen ist wo denn beim feld aber dabei war das einfach nur mein internet was abgekackt ist und ich bin vor uns selber geflogen ey du bist die ganze zeit bei mir drauf gewogen mh egal ähm joint the game stand bei mir gerade erst so man muss ja auch gucken stimmt okay aber cool das ist ja richtig cool ja ich darf da auch eigentlich alles eingesammelt sein ja alter wie viel samen das sind ab nochmal kannst du mir gleich mal helfen wieder einzuklunchen ja ja warte ja dann müsstest du aber das wasser auch klar ist das wasser aus ja ich obwohl das hier 64 Stick Samen nehmen weißt du was auch geil wäre hier unten so ein Hebel den Anmacher ja das kann ich machen wäre vielleicht besser da könnte man da unten so eine kleine Station aufbauen quasi die einzelnen Dingen zum anschmeißen soo noch ist die Kartoffel sehr wertvoll die du da eingepflanzt hast hast hilfst du mir jetzt ja warte ich renne schon wieder weg aber auch nicht ja ja hell hallo ich baue hier mal nen Baum hin ich weiß nicht kannst du mir mal ein paar Samen geben ähm hol dir mal hier unten auf die Kiste nein jetzt auch ja du keine Reaktion auf mich äh getan ist ich mach mal das zweite ne ja ähm ich hab kein du 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 es wäre ganz cool wäre wenn die Minecraft irgendwie so nen Ultimate Tool geben könnte mit dem man alles machen kann ja stimmt das wäre richtig geil weil man hat jetzt immer so viele Tools immer mit vor allem das Werkzeug nimmt so viel Platz weg ich habe jetzt alles hatte ich hau da unten dann die 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 sense reine wir haben wir unten rein weil dann warte ich gebe dir deine ich gebe dir mal wenn ich dann wenn ich unten ankommt wahrscheinlich muss ich zwischendurch mal da war nämlich noch mal ganz schön viel drin einen kleinen fehler gefunden alter finne das sollte ich nicht machen warum auch hier nicht da drüben hat sich mit dem anderen verbunden und hier nicht ich hatte am anfang hatte ich voll die probleme mit dem ganzen hier mit der mit der mit wasser ablaufen aber das lag unten bei unter drum unten drunter ich habe repeater oder diese diese verstärker habe ich da ein bisschen gespart ja und das war war der punkt also einmal repeater heißen die ne einmal repeater dann nur redstone repeater nur redstone also zu die pisten hin so genau ja aber das hat da nicht geklappt das ist dann ich weiß es war irgendwie verpackt dann oben drauf wo der redstone nur der redstone drunter war ist das wasser nicht geflossen und ich weiß einfach nur eins ja mit so viel fett ich mach mal unten das fressen schon mal ich das in die kiste rein ich baue mal jetzt den weg also ich würde von unten an machen das ist einfach cooler und die ich bringe dann auch eins und steckt für die kühe rüber ja genau dann kann man die gleich noch mal fahren das wollen gesorgt war da geil wie viel brot ne so dann schmeißt man die sachen hier an lege ich einfach die redstone leitung außenrum ja genau so warte da bricht das mal die 62 weizen bricht einmal zu zu den links da zu den viechern erstmal was essen weil ich schon wieder nicht laufen kann das ist doch scheiße schlimm echt schlimm so kann ich nichts für dass man den bunker rein als hat er wächst nichts mehr ne wo wächst nichts mehr da wo das gras war da ist kein gras mehr und auch nicht mehr grün am boden bei den schafen meinst du ja ja klar um das ja jetzt kann aber kein gras mehr wachsen also diese diese blöcke sind nicht grün als alles alles erde normal also ohne grün links das ist richtig schlecht ich glaube ich verlieg fast die schafe nach oben ja kühe und hühner ich wollte ja eh noch ein hühner dings machen hier sie brauchen bloß samen zu vermehren ja das mache ich aber demnächst wenn ich mit dem haus da drüben fertig bin jetzt brauche ich aber die schere die da unten ist ja ist auch ich habe sie gerade gesehen ja ich glaube dass die aber fast schon gehen müsste eigentlich schon auf der 172 sein glaube ich habe ich mir lohnt schon da sind schon wieder so schlimm ja es ist besser zu viel als krass schnell das geht es wird schon wieder nacht voll der scheiß jetzt habe ich keine sense dabei was für eine scheiße also oder wie die heiß dieser ist dabei die bei die melonen zu plant und wieder das ist ja eine ende steine ding gehen wir pendern so gut so ne dann was wollte ich noch was wollte ich noch ja dass sie melonen zurückgeben weißt du was ich mache ich tue jetzt eine kiste für die melonen hinstellen da ist dann das die sollte aber dann wieder auskommen oder ich glaube ich hoffe also das können wir es beim nächsten monster oder irgendwie weiß er nicht die lore wo haben wir die loren drin ich habe die bei rohstoffe reingetan weil ich keine anderen platz gefunden bei grims kam es weil lore ist jetzt nicht wertvoll oder also rohstoffe eigentlich gut das war mal drin dann das tun wir weg monster tun wir weg federn waren bei tiere tinten beutel scheiß viecher war inventory dies ist so scheiße praktisch du solltest mal dein zeug aus der kiste rausholen wäre sehr freundlich ich kämpfe gerade gegen zombies der zombie hat ein eisen droppen lassen ich gehe auch mal irgendwie so ein bisschen kämpfen warum sehe ich keine viecher ich besiege hier einen und spawne gleich der nächste ah das ist ein creeper guck dir das mal an ein bisschen auf jagd oh mein gott warum sind hier so viele hexen was hast du auf hardcore ich habe noch nie hexen gesehen davor eigentlich oder ganz selten alter wie das jetzt sehe ich die ganze zeit hexen vier creeper ein zombie ne doch das waren doch kein doch kein creeper zwei creeper nein das in die luft fuck ich muss essen scheiße ich hab voll das loch in den boden gerissen scheiße was mache ich dann am tag hin dazu ja ich kann ich mag das in der nacht nicht weil irgendwie dann habe ich angst dass ich aufs maul kriege oh jetzt kommt so kleine zombies alter fickt die oma oh komm zwei so kleine viecher ne weißt du wie man item frames macht item frames ja diese bilderrahmen also die bilderrahmen wo man kartoffeln zwei kartoffeln ne eine kartoffel und wir sollten uns mal eine karte anlegen von hier ja und aufhänge das finde ich immer lustig ist zwar nicht wirklich wert also wie viele pfeile du in dir hast pam hey du xp klauer was ich hab das zuerst angegriffen ja ja deine mutter zwar aber egal kannst du mein video sehen noch ne kartoffel geil wie vielleicht zwei kartoffeln schon da die spinne stirb wir müssen ja erst was essen warte mal ja ich hab zu viel essen dabei oh mein gott da kommt schon wieder ein kopfloser zombie zurück geh weg boah du scheiße ah wohl aber ich mach immer noch dieses doppel weh hüpfen dinge ja ich auch ich weiß nicht das ist einfach so gewohnheitssache wenn man ewig minecraft mit doppel weh gespielt hat dann ist das bisschen seltsam bisschen schon krass wann ist sprinten eigentlich so wirklich mit raus gekommen das gab es ja nicht wenn ich das noch wüsste das gab es das kam nach den pistons nach dem update ich glaube 1.8 ja ne sowas das kannst du mir sicher 1.8 weil 1.7 gab es das noch nicht da konnte man mit dem pistons voll fiese fallen bauen jetzt kann man da schon drüber springen so ich kann mich auch noch erinnern wie man schalter mit links klick aktivieren konnte ja oder türen auch mit äh mit mit links klick ah das ist die hexe die macht die kaputt wie macht man die kaputt boah wie die läuft hat die gefressen draufhauen verreck du biest meine scharfen ist gleich kaputt HALTER ich bin gleich so down wo schlimm ist denn das boah alter 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 verreckst du? ne doch einfach halbes herze noch ich hoffe also man kann nicht man kann nicht verrecken es nur ach ne von der hexe kann man nicht verrecken verrecken aber man hat dann nur noch halbes herz ja das ist voll schlimm und dann ist man auch eigentlich fast verrecken